Bevor es jetzt losgeht, checkt gerne meinen Partner ab, aewap.com, Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items, Chests und Keys kaufen und auch verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArch spart ihr dabei noch satze 3%. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen hier auf Starbase mit Dalo und Yannick. Hallo. Bei Rocket League Ranked. Ich fahr... Ich hab Bock, Leute. Ich freu mich. Schön. Ah, geiles Ding. 1-0. Oh, der ist ja fast sogar noch reingehauen. Ich hab keinen Boost, wenn der direkt kommt. Ich dachte, ich verarsche ihn. Hat nicht funktioniert. Ja, ist noch Eis. So, jetzt hab ich auch Boost. Na, schade. Ja, Moment. Ich bin im Tor. Ja, der kommt auch zu dir. Der ist schon da. Ah ja, ich bin zu sehen. Der kommt nicht nur, der ist schon da. Bin's tot? Ja, den kriegt er vor mir, bevor ich irgendwas machen kann. Aber ich spawne wieder. Schön. Power. Hm, so, der geht hoch. Oh, hat er über mich gehauen. Bin im Zorn. Den haut der nochmal. Oh nein. Ja, weg! Oh, den kriegt er nicht! Ah, der hat mich verarscht. Weil ich dachte, der kommt noch dran. Ich hätte besser raushauen können. Ein bisschen höher wollte ich ihn eigentlich auch spielen. Lieber zu sein, dann. Oh nein. Lieber zu sein. Einer ist tot! Ja, nehm' ich nochmal so. Oh. Ah, schade. Da waren dann alle drei gerade. Schön. Ja, aber ein nächster hat ihn. Alles gut. Ach. Hab' ich. Wow. Okay, der eine ist weg. Der kommt runter. Okay. Der kommt. Ja, ist keiner gerade da. Oh. Von euch. Einer ist tot. Keine Ahnung wie. Ja. Ich hab' keine Ahnung wie. Ich auch nicht. Irgendwann ist explodiert. Die Verwirrung war perfekt. Ich bin voll auf ihn drauf geflogen. Achso, du hast auf ihn belandet. Ja, ja. War nicht schlecht. Die haben's. Oh Gott. Ich hab' keinen Boost. Hab' ich nochmal? Ja, ich hab' ein bisschen zwei. Okay, dann kann ich kurz Boost holen. So. Nice one. Schön da, du. Aber er braucht schon Boost. Ich hab' halt immer noch das kleine Stück vom Anfang. Das muss dafür jetzt reichen. Hatte gereicht scheinbar. Da stehen sie alle drei. Das tut mir so leid für die. Oh Gott. Die wurden in dem Menschgolf schon ein Trickmann oder so gekehlt. Tja. Wer nicht aufpasst, ne? Der kommt. Er ist nicht drin. Oh Gott. Oh Gott. Boah. 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 Raus. Oh Gott. Ja, war doch gut. Ach, Mist. Letzte Mal wieder da. Schade. So kann der Boost grad mal neu spawnen. Ne, dann nicht okay. Vielleicht der hier. Ne, der auch nicht. Lol. Ja, einmal hab ich ihn grad gehabt, aber dann kam der nicht. Alter. Oh nein, der ist schräg. Ja. Der ist auch nicht. Ach doch. Sag das doch. Ja, aber selbst wenn du ihn getroffen hättest, du standst ja unter mir. Nein, ich war bereit. So, jetzt. Hab ich. Hab ich nochmal. Weckleuch, ich hab den Keeper rausgeschubst. Oh nein. Oh nein. Alter, mach das selbstverständlich durch, ey. Und raus. Schön gemacht. Hab keinen Boost leider. Ich hab den in der Luft gerannt. Ja. Den er schießen wollte. Jetzt. Ich kann nicht mehr spielen. Mehr geht nicht. Ich hab keine Lust mehr. Der eine kam angeflogen und wird in der Luft. Boah, die Arme, ey. Die müssen sich aufhören an einem Ende. Das ist grad irgendwie so lustig, dieses Match. Oh Gott. Oh, alle. Was tun die denn? Jetzt sind alle am Ball. Mach deine Angst. Na alles. Raus damit. Hab ich verfehlt? Ja, hab ich. Ach Gott. Was passiert hier? Ja, ja. Reinschieben nur noch. Oh Gott. Wir sind zu weit. Oh Gott. Das ist noch nennen. Ja, du. Ja, ich hab keinen Boost heute. Einen hab ich gelamst. Ich fahr den kurz raus. Jetzt ist okay. Alle drauf, auch nicht gut. Ja, 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 ja. Zerstör ein. Doch nicht. Ist aber noch heiß. Was tut der denn? Okay. Er wollte mich zerstören. Ich spring einfach drüber. Alles gut. Haben ihn. Was ist das Match so komisch? Meiner. Weg da. Oh. 2-1 nur, in Anführungsstrichen. Oh. Cool, dass du den hast. Da, ich hab den Gegner gegen den Ball geschubst. Pass. Damit die auch mal ein Tor schießt, meinste? Hab ich. Ja, warte, wir kommen noch gefährlich. Das war so klar, dass der irgendwann reingeht am Ende noch, ey. Ja, ja. Typisch die letzten 10 Sekunden. Aber ist halt auch eigentlich fast verdient. Wenn man das so will. Na gut, dann machen wir jetzt einfach noch ein Anschluss Tor. Alles klar, ich bin dabei. Dann passt das. Oh Gott. Ich sagte die, wir nicht die. Oh Gott. Oh oh. Alles gut, kann man schießen lassen. So, jetzt noch mal in Ruhe. Okay, ich mach. Spiel ihn ja auf rechts, okay? Auf rechts, come on. Ja, der springt anders dagegen als ihr. So, ganz vorsichtig jetzt hier. Ja. Ich bin hinten. Ja, okay, alles gut. Okay, gut. Einer von euch? Ist der Stör vorne den Torhüter? Ja, da kommt der Ball aber grad zu dir. Sorry. Ja, den kriegt er wieder. Ja. Ich hab keinen Boost. Ich hebe ihn da auf die andere Seite. Ja, bleib so ein bisschen defensiver, bis du den Boost hast. Oh Gott. Schön. Jetzt vielleicht? Ah. Wird da auch kein Boost. Jetzt. Ja, schön. Oh oh, das war's. Nicht. Oder? Äh. Man weiß es noch nicht. Mein Controller ist aus, ist natürlich nicht gut. Controller. Weiter. Doch. Da muss mein Controller aus. Ja, war hin. Ah. Da kommt er runter. Ich kann nicht. Ich muss mich boost holen. Wenn wir zu zweit gerade nur spielen, brauche ich Boost. Okay. Wie spielt man dieses Spiel nochmal mit... Okay, Moment. Das ist Natursteuerung. Oh nein, der kommt... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann mit das Natur nicht spielen. Was soll das denn jetzt hier? Oh. Controller, gehst du wieder? Dann steh und mach deinen Controller richtig. Das bringt doch alles nichts. Das bringt er denn nicht. Er kommt aufs Tor, doch. Alles gut. Wieso alles? Ich habe eingerammt, aber das reicht. Doch, das reicht. Controller, tu was. Wo ist mein Ersatz-Controller? Weiter nach vorne, ich brauche Boost. Er geht nicht. Er will nicht. Ja, oh Gott, ey. Ist unter einem durch? Es kann einfach nicht sein, dass es nicht funktioniert. Mein Controller geht nicht mehr. Er leuchtet, er ist an, aber das Spiel akzeptiert keine Eingaben. Was zum Fick? Jetzt bist du nicht im Spiel. Bin im Spiel. Er leuchtet, er funktioniert. Eigentlich. Okay, wir machen einen kurzen Cut, bis Janik sich da wieder mal gefunden hat. Ist wieder mal gefunden hat. So, Leutchen. Wieder zurück mit einem funktionierenden Janik. Ich hoffe es. Ja, meine Räder bewegen sich. Sieht gut aus. Und schließen Sie Controller 2 an, damit Controller 1 wieder funktioniert. Schön gemacht. Lol, was für ein Ghost. Auch sehr interessant. Also es war keine leere Batterie oder sonst irgendwas. Controller mag mich einfach nicht mehr. Ah, der ist doch schick. Oh. Schön. Ah. Ich geh nach hinten. Oh. Haben wir nochmal. Und der nicht. Ja. Und da, du kannst den nehmen. Ach, du Schwach. Der kommt. Ne. Dann wird vorbei. Oh nein. Das war's leider. Das war auch blöd von mir, dass ich so draufgehe. Ich fahr ganz rechts. Wenn du da hinbringst, wäre das mega. Ja. Schön. Danke. Natürlich. Aufbestellung. Oh. Oh. Kommst du damit? Oh. Ah. So halb. Bin weggekippt worden. Haben sie. Der kommt. Uh. Hui. Na halt. Aua. Na ist gut. Bin dann auch geschubst. Nee. Oh Gott. Seitenwechsel. Sorry. Na macht nichts. Ich war gerade so in Rausch gerade. Ja. War mir aber auch nicht sicher, ob ich den hab. Oh nein. Oh nein. Hatte ich nichts gesagt. Schön gemacht. Er kommt aufs Tor. Ach. Patron hat mir keine Lust. Dankeschön. Was? Muss ich jetzt doch lernen, über Tastatur zu spielen. Ist ja auch geil. Geht's wieder nicht oder was? Ja. Er leuchtet. Er macht wieder nichts. Wow. Hier hab ich jetzt gerade die Ballkamera aktiviert. Ach das war die Taste. Okay. Ah. Okay dann. Kann man nicht sehen wahrscheinlich. Überlehrtaste springen benutzt. Überlehrtaste ist nicht springen. Los Richtung Tor. Oh Gott ist das. Dann mach dein Controller-Ding rein raus. Wieder Trick. Ja. Du doch einfach den anderen Controller. Der geht aber auch nicht. Die sind beide einfach aus. Die sind nicht aus. Die sind alle. Aber akzeptieren halt nicht. Aber egal. Janik. Egal. 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 Alles gut. Okay. Memo an mich selbst. Neuen Controller kaufen. Nicht mehr mitspielen. Ey. Ich bin ganz links da. Ne. Die Server stützen grad ab. Mal gucken was so geht. Bei dir. Okay. Ne. Bei euch allen. Bei mir habt ihr alle grad nen Hyping gehabt. Jetzt nicht mehr. Controller 1 geht nicht. Controller 2. Wie kann das sein? Warum geht das nicht? Ach jetzt gehts wieder. Cool. Ja jetzt muss er auch. Schön. Im richtigen Moment bist du wieder da. Hab ich. Ich hab einfach nur alle Tasten gedrückt. Hat scheinbar geholfen. Mitte. Ja. Ah. Knapp. Weg. Rosi. Ja der ist weg. Rade nehm ich. Ja schön. Danke. Rade. Schönes Ding. Der kommt runter. Ja. Oh ja. Genug warst du da. Ja da stand ich ja auch. Oh nein. Kommt aufs Tor. Ja. Der auch. Oh Gott. Kommt aufs Tor. Oh. Oh Mist ey. Ah. Immer wieder. Kommt aufs Tor. Thomas der Depressed Dark. Was? Ja. Ist das Bild einfach dazu. Okay. Ein Tor schaffen wir noch. Das ist noch möglich. Oh. Ja schön. Einmal mit. Komm einmal rein. Der kommt doof. Ich lebe grad mit ständigem Nervenkitz. Dass mein Controller einfach ausgeht. Ja. Ah. Oh Mist. Oh ich hab ihn nicht. Oh. 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 Schön. Wie ich reingehauen hab. Noch grade ey. Hast du. Schön gemacht. Jetzt sind alle grade am Marsch. Der hat mir den Buß genommen. Ich hab nichts. Wenn ich den jetzt gehabt hätte ja. Ja. Ah Mist. Sehr schwierig der Flug. Einer ist weg. Come on. Ah. Nein. Schade. Ein letztes Mal nach vorne. Okay. Das wird schwierig aus der Position jetzt. Ah. Nee. Nicht mehr drin. Ach schade ey. Ja mit Yannick ist schwer. Ist schwer. Ich hab ein kaputtes Auto. Ja mit Yannick. Ja. Das Auto war kaputt. Mhm. Aber dennoch waren es schöne Runden. Beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder mit Basti. Deswegen ein paar Tagen jetzt weiter. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.